Hallo, herzlich willkommen zurück bei einer neuen oder ersten, wie man das auch immer definieren möchte. Kein Halli-Hallo-Hallöle. Das ist nicht der Channel dafür. Herzlich willkommen zurück bei einer niegelnagelneuen Podcast-Folge von dem Promille-Podcast mit Jasper, Aslan und Sascha. Siehst du, ich heiße nämlich auch Sascha. Ja, bist du einmal vollständig, wie dein Name ist? Nein. Kommen wir da noch zu bei Zahlen? Nein, kommen wir nicht zu. Wir denken uns keine Namen aus und verteilen sie dann und machen unangenehme Sachen damit. Also, wir sind wieder zurück. Es tut mir wahnsinnig leid, dass das alles so verwirrend ist am Anfang. Aber wir haben quasi schon eine Folge Null aufgenommen. Die könnt ihr auch finden, wenn ihr wollt, auf dem Dadoschka-Channel, so heißt der noch. Und auch auf Spotify sollte der drin sein. Da wird nämlich erklärt, warum wir überhaupt einen Podcast machen, wieso das so lange gedauert hat und warum wir wieder da sind, warum wir neu anfangen und so weiter und so fort. Darum soll es aber heute nicht gehen. Sondern wir werden heute in dieser allerersten Folge quasi die erste Folge der ersten Season zelebrieren, wovon die beiden Jungs gar nicht so viel wissen. Denn als Jasper, dazu kommen wir nämlich gleich noch, als Jasper irgendwie 49 Wochen weg war, habe ich nämlich ein Konzept ausgearbeitet, damit nämlich der Videopodcast, weil für die Leute, die das über Spotify und so hören, wir haben einen Videopodcast, kann das quasi in Bild, Farbe und so sehen. Da habe ich ein kleines Extra eingebaut, sodass die Leute vielleicht auch mal da vorbeischauen. Weil ich weiß, dass Videopodcast ja gar nicht so interessant ist. Wer quiekt hier? Entschuldigung. Okay. Das heißt, es gibt eine Season mit x Folgen. Das ist noch nicht ganz festgelegt. Und am Ende gibt es auch einen Gewinner. Und der Gewinner kriegt auch einen Preis. Das wissen die zum Beispiel noch gar nicht. Ich habe nämlich einen Preis besorgt. Ich habe zehn verschiedene Challenges erstmal, weil ich erstmal dachte, zehn Folgen, eine Season. Mal gucken. Und diese zehn Challenges wird es immer am Ende der Podcast-Folge geben, beziehungsweise natürlich eine Challenge. Die gibt maximal fünf Minuten oder so. Ist immer was ganz Kleines. Aber so, dass die beiden sich halt in Anführungsstrichen battlen müssen. Und der Gewinner dieser Folge kriegt halt einen Punkt. Und am Ende dieser zehn Folgen, wenn es 5-5 steht, suchen wir uns noch was aus. Aber ansonsten gibt es natürlich einen Gewinner. Und die Person kriegt dann den Preis, den es quasi gibt. Mit den beiden meinst du, diesen jungen Mann meine Wenigkeit? Warum machst du mich mit, ist meine Frage. Weil ja jemand das Ganze aufbauen muss. Also jemand muss sich ja auch die fragen. Ich habe extra Challenges, die sehr unterschiedlich sind. Aber meinst du nicht, dass das fairer wäre, wenn ich einen Gegner auf Augen höre hätte? Deswegen habe ich das gemacht. Das finde ich nicht ganz so fair, ehrlich gesagt. Ich switche gerade zwischen 9-1 und 8-2. 10-0 ist immer, das darf man, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, darf man mit Freunden nicht machen, oder? Man muss wenigstens so anstandsweise, ehrenweise seinen Freunden, du bist ein sehr enger Freund von mir, ich mag dich wirklich sehr gern, du bist ein rückiger Typ. 9-1, das ist fair, alles gut. Deswegen habe ich das organisiert, weil die beiden sind immer so. Die sind immer auf Challenges aus, die beleidigen sich gegenseitig, dass irgendjemand irgendwie nicht mit Bällen umgehen kann und so weiter. Man nennt das auch Wahrheit. Ich gebe die Wahrheit von mir. Deswegen machen wir das jetzt. Den Beweis zugänglich. Und wir werden für die erste Season dann ein für alle Mal feststellen, wer denn der Bessere in Spielen ist. Weil, wie gesagt, es gibt einmal sowas wie ein Quiz, es gibt was mit Reflexen, es gibt was mit Schätzungen, es gibt alle, ich habe verschiedene Aufgabenbereiche aufgebaut. Es geht manchmal um Schnelligkeit, manchmal um Wissen, manchmal um die Ecke denken und so weiter und so fort. Kann man nicht mal geradeaus denken. Naja, auf jeden Fall wird es am Ende dieser Folge auch eine Challenge geben, die allererste. Also es heißt, wer es halt wissen will oder sehen will, der sollte dranbleiben, beziehungsweise zum Videopodcast dann am Ende wechseln. Denn das wird es bei dem anderen, bei dem Hör-Audio-Podcast nicht geben. Somit wisst ihr Bescheid. So, also, wir waren 49 Wochen nicht hier. Der Grund ist, Jasper hat sich rumgetrieben. Wo war Jasper denn? Beziehungsweise müssen wir uns nochmal vorstellen, vielleicht ganz kurz zu dir. Wie ist dein Arbeitsalltag? Was machst du so? Ich heiße Jasper. Was hast du in deinem Leben erreicht? Ich heiße Jasper. Ich habe bisher in meinem Leben selbstverständlich noch überhaupt nichts erreicht. Aber ich werde viel erreichen. So viel erstmal. Statement rausgehauen. Ich arbeite derzeit noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni und ich promoviere im wunderschönen Fach Biologie. Ich sitze also jetzt gerade jeden Tag am Schreibtisch und verfasse meine Doktorarbeit, zu der ich in den letzten dreieinhalb Jahren eine Menge Experimente gemacht habe. Und jetzt muss ich das alles noch in irgendwie Schriftform gießen. Und das ist natürlich viel komplizierter, als es jetzt erstmal so klingt. Weil das ist nicht nur einfach Text runterschreiben, sondern man muss das ja auch mit der aktuellen Forschung im Thema verknüpfen. Bei JGPT eingeben. Zum Glück leben wir hier im Zeitalter von AI ohne wer das doch. Kannst du das Thema, in dem du promovierst, so wiedergeben, dass jemand, der keine Ahnung von Biologie hat, in wenigen Sätzen versteht, was du eigentlich tust? Ist das möglich oder sagt man so, oh, Dissertation, Promotion, wenn man da keinen Bachelor, Master in Biologie hat, hat man keinerlei Vorstellung, woran du und womit du eigentlich experimentierst? Also ich glaube, wenn ich der Anfrage nicht nachkommen kann, wenn ich mein Thema nicht einfach erklären kann, dann liegt das an mir und nicht an euch. Ich muss in der Lage sein, es Leuten, die das nicht studiert haben, zu erklären. Und das versuche ich jetzt mal und ihr könnt dann ja mal entscheiden, ob das am Ende was wird. Also, ich befasse mich mit Verdauung. Verdauung? Verdauung, soweit klar. Ich gleich, um das mal vorweg zu sagen, ich befasse mich nicht, da ich ja kein Mediziner bin, nicht mit menschlicher Verdauung, sondern ich befasse mich mit der Verdauung von Tieren. Und ich forsche an einem Organismus, den viele von euch, ja, ich würde schätzen, noch niemals gesehen haben, in dieser Form. Ich forsche nämlich an Seeigeln. Das ist jetzt erstmal nicht so ein exotisches Tier, obwohl man das vielleicht auch erst so im Mittelmeer, obwohl hier in der Ostsee gibt es auch Seeigel, aber ich forsche an anderen. Ich forsche aber nicht an denen, die man so sieht, also an den adulten Runden, an den erwachsenen Runden, Tieren, die mit den Stacheln halt auf dem Meeresboden liegen, sondern ich forsche an den Larven. Aus verschiedenen Gründen, das ist nicht wichtig. Was ich an denen genau mache, ich untersuche, ob diese Tiere und wenn ja, wie, weil es war erstmal überhaupt nicht klar, ob sie das überhaupt machen können, die drei Makronährstoffe, die es so gibt, die auch für den Menschen wichtig sind, also Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett, ob die die verdauen können und wenn ja, wie sie das tun. Und das ist das Thema meiner Doktorarbeit, um das mal ganz grob zusammenzufassen. Das heißt, du experimentierst an Seeigeln? An den Larven von denen. Die sind grundlegend anders als die adulten, also als die erwachsenen Tiere. Und das hat viele Vorteile und natürlich auch ein paar Nachteile, aber es ist sehr viel einfacher an denen zu forschen, als an den wirklich lebenden erwachsenen Tieren. Okay, habe ich verstanden. Ja, gut, dann haben wir dich erstmal abgehakt, also du bist halt Hardcore am Hasseln mit deiner Doktorarbeit. Dann haben wir den Bengel hier noch, was machst du denn so nebenbei, neben dem Podcast? Ich bin nicht Hardcore am Hasseln an einer Doktorarbeit, aber so ein bisschen Hasseln tue ich schon. Euch beide, das weiß man ja, habe ich kennengelernt im Rahmen meines Studiums, was jetzt auch schon wirklich einige, fast schon viele Jahre, viele Jahre zurückliegt. Und hobbymäßig bin ich nach wie vor als Barkeeper aktiv. Aber dieses Studium habe ich jetzt vor einigen Jahren schon zu Ende gebracht und arbeite seither als Rechtsanwalt im Bereich und auch ausschließlich im Bereich der Strafverteidigung. Und ja, habe mittlerweile Büroräume auch in Kiel und hauptsächlich in Hamburg. Also Hamburg ist mein Standort, in dem ich jetzt schon seit einigen Jahren bin, wo ich mich sehr wohl fühle. Ich bin ein Team, nette Leute und der Hafen ist auch vorhanden. Und jemand, der im Bereich der Strafverteidigung etabliert ist, wird wissen, dass das nicht ganz so schlecht ist. Ja, die guten alten Containerschippe. Ja, ja, ja. Ja, ja, okay, okay. Aber da sieht man mal, wie unterschiedlich wir dann auch sind, weil ich bin einfach nur irgend so ein Hobby-Influencer. Das ist schon ziemlich unangenehm eigentlich in dieser Konstellation. Dafür muss man ja die nullte Folge hören, um dann deine Geschichte zu kommen. Das stimmt, ja, da habe ich einen Monolog geführt. Also, was ich dafür interessiert. Ihr habt ein paar Fragen gestellt und wusstet auch einiges nicht, das stimmt schon. Aber das war schon sehr viel erfahren über dich. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, auch privates, vieles. Das stimmt. Interessante Folge. Lohnt sich reinzuschauen. Reinzuschauen, reinzuhören, genau. Könnt ihr gerne machen. Ist die nullte Folge dann. Die wird es wahrscheinlich dann schon... Ja, ich weiß auch nicht, wie das mit dem Release ist. Das ist alles noch in der Schwebe. Das liegt nämlich daran, dass wir gerne zwei Folgen wahrscheinlich vorproduzieren, damit ihr euch nicht wundert, warum wird mir dasselbe tragen. Das liegt daran, dass ich ja verreise in anderthalb Wochen, in fast zehn Tagen, neun Tagen. Oh, Tatsache, ja. Ja, deswegen wird es danach hoffentlich direkt im Anschluss wieder eine Folge geben. Aber deswegen nehmen wir heute zwei auf und deswegen hat es auch so lange gedauert, weil nicht ich verreist war beim letzten Mal, sondern der drüben, der Jasper. Und der wird jetzt nämlich mal ein bisschen was erzählen von seiner Reise, denn die war sehr besonders. Ich war weg. Ja, das stimmt. Ich habe, nachdem ich quasi den ersten Draft, also die erste Version meiner Doktorarbeit, schon fertig geschrieben hatte, mir eine kleine Auszeit gegönnt von acht Wochen. Und die acht Wochen habe ich nicht hier, sondern komplett auf der anderen Seite des wunderschönen Atlantiks in Amerika verbracht. Und davon soll ich jetzt hier heute erzählen und würde das auch gerne, weil ich glaube, auch so privat haben wir noch gar nicht so viel darüber geredet, was ich eigentlich erlebt habe. Und ich glaube, ich fange mal damit an, erst mal die Route, weil Amerika ist ja ein Riesenland und man kann eigentlich überall sein, Amerika ist ein ganzer Kontinent, die Route so ein bisschen nachzuskizzieren. Also jeder, der jetzt eine Karte zur Hand hat, kann da mal die aufschlagen. Und acht Wochen ist ja erst mal eine lange Zeit. War die Route vielleicht an der Stelle eine Zwischenfrage, war das, ist die Route entstanden in dem Moment, als man da war? Oder hattet ihr schon von Anfang an einen Plan, wo man sagt, das ist unsere Route, das haben wir vor. Wir wissen auch schon exakt, wie viele Tage wir in welcher Stadt an welchem Ort sein werden. Und dann stand quasi ein Plan und den hat man dann abgearbeitet? Gute Frage, die auch relativ wichtig ist und die ich auch noch, glaube ich, ein bisschen ausweiten würde. Die Route stand von Anfang an fest. Natürlich nicht minutiös, was wir jetzt an jedem Tag machen, aber ungefähr die Orte standen fest. Also die Reihenfolge der Orte stand fest und die beispielsweise gebuchten Nächte in Unterkünften standen auch zu unserem Grundreif fest. Macht vermutlich auch Sinn, ne? Ja, wenn du dir vorhin überlegst, wie es verläuft, weil du wirst ja im Zweifel auch nicht wieder zurück, sondern irgendwie... Da komme ich aber auch noch später dazu, warum ich das auch empfehlen würde. Das war natürlich eine heidene Arbeit, die ich auch, wovon ich den geringsten Teil am Anfang gemacht habe, die du dann vorher machst. Aber, und das vielleicht gleich vorweg, jedes Mal, wenn es nicht so war, jedes Mal, wenn wir quasi so spontan entscheiden mussten, nicht so nach dem Motto, was machen wir heute, in welches Café gehen wir, in welches Restaurant gehen wir, das sind ja so alltägliche Entscheidungen. Aber wenn es so grundlegende Entscheidungen sind, wie machen wir denn was, war das immer schon so, dass das dazu gesorgt hat, dass das irgendwie ein bisschen stressig, ein bisschen anstrengend war. Und das dann, während du da bist, da willst du eigentlich die bestmögliche Zeit haben. Verstehe. Und da mache ich mir lieber die Gedanken vorher und gucke dann vorher, wie das passt, habe dann den, in Anführungsstrichen, Stress vorher und bin dann entspannter, wenn ich da bin, nach dem Motto, ich muss das dann nur noch abarbeiten. Verstehe. Und so hat es sich nie angefühlt. Also das war nicht zu viel Planung, weil für die Leute, die es ja gerade mitbekommen haben, ich verreise ja auch und meine Reise geht zwar nur drei Wochen, ist aber trotzdem auch durchgeplant, aber bewusst mit ein bisschen Spielraum und ein paar Tagen, wo halt nichts geplant ist, weil wir hatten das auch mal ein Jahr, also ich fliege ja jedes Jahr nach Japan und letztes Jahr war es, glaube ich, da hatten wir zu viel geplant. Fast jeder Tag war irgendwas und das war richtig anstrengend irgendwann einfach. Du hast die Sachen zwar gerne gemacht, aber es war irgendwie so Pflicht, du würdest einen Tag mal im Hotel schimmeln, weißt du, so ein bisschen über die Straße, ein bisschen schlendern, ein bisschen shoppen oder so und dann legst du dich vielleicht nachmittags nochmal hin, das gab es halt nicht. Und deswegen haben wir jetzt das halt so gemacht, dass wir auch so ein paar Tage Luft haben. Also deswegen, es hörte sich ja so an, als wenn ihr gut geplant habt, aber nicht zu viel. Nee, also es gab auch immer zwischendurch ein paar Tage, da war vielleicht so, das könnte man machen, aber das ist jetzt kein Muss. Also keine Tickets reserviert oder sonst? Nein, also sowas wie, was wir wirklich fest reserviert haben, außer Unterkünfte, weil Unterkünfte ist wirklich, gerade natürlich war High Season in Amerika, das muss man schon vorher buchen und gerade wenn du irgendwie in Nationalparks, also die Natur ein bisschen erleben willst, das ist Monate im Voraus ausgebucht. Würdest du mal sagen, wann du genau da warst? Ich glaube, du hast kein Datum erzählt, für die Leute, die das vielleicht mal später hören. Genau, also wir waren im Juni und Juli da, also Anfang Juni geflogen und am Ende Juli dann wiedergekommen. Also nicht auf den Tag, aber knapp zwei Monate, acht Wochen so. Und nee, aber zwischendurch gab es auch immer Zeiten, wo wir gesagt haben, hey, das könnten wir hier machen, müssen wir aber nicht, wenn wir irgendwie keinen Bock haben. Und nachher, je länger wir da waren, desto häufiger kamen diese Tage. Am Anfang war natürlich noch viel, viel gesehen, ja, aber am Ende wurde es dann so ein bisschen sukzessive, alles weniger. Und bevor ihr diese Reise, bevor ihr eure Reise angetreten habt, gab es irgendwelche Vorstellungen, Erwartungen, vielleicht auch Ängste, wo man gesagt hat, oh, das könnte irgendwie kritisch werden, nicht ins Land zu kommen. Von meiner Seite her nicht, also jedenfalls keine Ängste, natürlich irgendwie eine große Erwartungshaltung, weil ich meine, das ist, also das habe ich auch schon vorher immer gesagt, wenn da viele Leute gesagt haben, ja, gute Zeit, wünsche dir einen schönen Urlaub, dann habe ich immer gesagt, also das hat sich für mich nie so angefühlt wie ein Urlaub, sondern immer eher so wie eine Reise, weil das war halt nicht Entspannung und gerade am Anfang war das keine Entspannung, aber dafür war es natürlich eine ganz andere Qualität von mal rauskommen, mal was ganz anderes sehen und nicht arbeiten zu müssen, aber entspannt war das am Anfang für mich zumindest alles nicht, zum Ende hin wurde es dann auch mal nur einen Tag in der Sonne liegen und nichts mehr. Und zuletzt zur Vorbereitung, gibt es irgendwas, was man als deutscher Staatsbürger beachten muss oder die Hürde, eine Reise anzutreten in schöne Amerika, grundsätzlich erschwinglich und für jedermann mit wenigen Klicken in der Vorbereitung. Ja, also man braucht kein Visum, aber man braucht eine elektronische Einreisebestätigung, dieses ETA und wir waren noch in Kanada, da brauchten wir noch einen ETA. Das ist aber witzig, ganz kurz dazwischen, wir sind quasi ja über die Grenze von den USA zu Kanada gefahren mit einem Auto und wenn du das machst und ein ETA hast, dann brauchst du keinen ETA mehr, weil die Kanadier sich auch denken, dieses ETA-Aufnahme, da stellen die Amerikaner so komische Fragen, das reicht und du kommst hier auf jeden Fall rein. Ja genau, du brauchst halt dieses ETA und das machst du online, das dauert meistens zwei, drei Tage. Wenn du das nicht gerade über das Wochenende machst, dann kriegst du eine Online-Beschädigung und das reicht auch. Und da sind aber wirklich diese Fragen, sind sie Mitglied in einer terroristischen Vereinigung, haben sie vor, den amerikanischen Staat zu schaden? Also diese Fragen werden da wirklich gestellt und du guckst dann natürlich immer, nein, nein, so und dann war das, also ich glaube, ich habe das dann zwei Tage später auch eine Online-Beschädigung gekriegt, ich habe das so vielleicht ein, zwei Monate vorher gemacht und das erlaubt einem dann bis zu 90 Tage nach Amerika einzureisen. Man darf da nicht arbeiten, aber das will man dann als Tourist auch nicht und das ist kein offizielles Visum, also du kriegst keinen Stempel in deinen Pass, aber du darfst damit rein und ohne, glaube ich, wirst du direkt, kannst du direkt umdrehen bei der Einreise und deinen Flug wieder zurücknehmen, den nächsten, der fliegt. Das ist schon krass, wenn sowas mal passieren sollte. Ja, da sind die, die Amerikaner ganz, und am Anfang, also als wir angekommen sind und dann dadurch durch Customs gegangen sind, war das schon, er war nicht unfreundlich, aber er hat halt schon diese Fragen gestellt nach dem Motto, wo wollen sie hin, was wollen sie machen, haben sie einen Plan und so. Also er war jetzt nicht wirklich unfreundlich, aber er war schon reserviert, sagen wir mal so, also da habe ich schon nettere Leute. Ja, das ist halt auch so eine Fließbandarbeit, ne, also so, wobei der krasse Gegenteil dazu ist halt Japan, da sind alle, egal, die können da auch 20 Stunden am Stück arbeiten, die sind immer freundlich, immer nett, immer hilfsbereit, immer am Lächeln, ob das jetzt gefakt ist oder nicht, sei hingestellt, aber du fühlst dich wohl. Freundlichkeit liegt in der Natur, ne? Ja, also so, das ist schon, das ist schon ein ganz anderes Level, deswegen kann ich mir vorstellen, dass man, wenn man nach Amerika einreist und man hat jemanden, der halt reserviert oder vielleicht sogar unfreundlich ist, dass man sich erstmal ein bisschen unwohl fühlt, so weil, ne, du hast halt Angst, dass du irgendwas Falsches sagst, Falsches machst, du bist ja erstmal hilflos, du weißt ja gar nicht, wo musst du jetzt irgendwie hin oder so und dann denken die irgendwie, dass du unfähig bist oder so dumm bist oder keine Ahnung, dann bist du nervös und dann siehst du nervös aus und dann weißt du so, das ist also ein Teufelskreis und so, deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es ja spannend ist. Also es war jetzt nicht unangenehm, keineswegs, aber es war schon so, dass man dachte, also einen guten Tag hatte der Typ jetzt nicht gerade, aber vielleicht war das ein guter Tag. Ja, oder so, oder so. Okay, aber lass uns erstmal nochmal wieder zurück zur Route, weil ich glaube, die ist vielleicht ganz essentiell, damit die Leute wissen, wo ihr dann hingereist seid überhaupt. Genau. Wie der Ablauf war. Also wir sind angekommen bei diesem Menschen, der keinen guten Tag hatte in Los Angeles. Wir sind von Hamburg über München, weil von Hamburg gibt es ja keine internationalen, also keine Überseeflüge mehr, von München nach L.A. geflogen und sind dann in Los Angeles gelandet. Das war so ein Flug, der ging über den ganzen Tag, also der Tag hörte im Endeffekt nicht auf, weil wir immer… Was, LAX? Ja. Ah, okay. Wir sind halt immer weiter geflogen und wir sind dann quasi drei Stunden später auf der Uhr angekommen, als wir losgeflogen sind, aber es war natürlich ein sehr langer Tag. Ich glaube, insgesamt hat der Flug von München so knapp 13 Stunden gedauert. Ja, das ist genau meine Flugzeit ja auch. Witzig, zurück sind wir dann über San Francisco geflogen, 10 Stunden 30. Ja. Der Wind macht so viel aus. Ja, genau so. Du brauchst auch ungefähr anderthalb Stunden ungefähr weniger oder so. Kommt immer darauf an, wie der Wind steht, aber der Rückweg ist immer ein bisschen schon. Also das war krass. Wie war der Flug denn generell eigentlich, der lange Flug? Ihr hattet ja wahrscheinlich Economy. Wir hatten Holzklasse gebucht und ich war wirklich, also ich saß in München, wir hatten ein bisschen Aufmerksamkeit, ich saß am Gate und wir haben die ganze Zeit diskutiert, sollen wir nochmal das Upgrade machen? Das war natürlich dann dementsprechend auch preisig und da bin ich irgendwann zu der Frau hingegangen, die da am Schalter saß und habe sie gefragt, wie sieht das denn aus? Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Flug ausgebucht ist? Weil wir haben schon gesagt, okay, wir haben natürlich dann Plätze reserviert und wir haben das ja auch einen super Tipp, wenn man als Paar unterwegs ist, Fensterplatz und Gangplatz in der Dreierreihe, weil dann kann man immer tauschen. Weißt du, niemand will sich in die Mitte setzen, vielleicht bleibt die frei, weil niemand bucht den Platz in der Mitte. Aber wenn sich da jemand hinsetzt, kannst du sagen, hier wollen sie am Fenster sitzen oder wollen sie am Gang sitzen, dann sitzt man trotzdem nebeneinander. Also man maximiert quasi seine Chance auf einen freien Platz zwischen sich. Ein besserer Tipp ist, du buchst einfach Business Class, weil dann hast du das Problem mit, dass jemand in dir sitzt. Das ist korrekt, dafür muss man dann aber auch Influencer sein, wenn sich das bei jedem Flug leistet. Oder nicht mit Geld umgehen können. Jedenfalls sagte diese Frau die Wahrscheinlichkeit, und das war so ein bisschen komisch, also sie sagte, die Wahrscheinlichkeit sei relativ gering, dass der Flug ausgebucht sei. Und ich dachte so, okay, das klingt ja erstmal ganz gut, habe aber so erwartet, dass es gut belegt ist, paar Plätze frei ist. Ja, okay. Wir kamen dann ins Flugzeug und ich habe mich ganz brav auf meinen Mittelplatz, ja, ich habe mich gar nicht auf meinen, ich habe auf den Mittelplatz direkt gesetzt und meine Begleitung halt an den Fensterplatz. Und dann haben wir gewartet und wir waren jetzt nicht die Ersten im Flugzeug, aber jetzt auch nicht die Letzten, es waren kaum noch ein paar Leute, aber dann kam irgendwann keiner mehr. Ich guckte mich so um, die Reihe hinter mir frei, die Reihe dahinter frei, neben mir saß so eine in der Viererreihe und am Ende stellte sie so raus, also ich würde schätzen vielleicht zehn Prozent dieses Fluges war ausgebucht. Krass. Ebenfalls eine Holzklasse. Die anderen darfst du ja nicht, die hast du ja nicht gesehen. Ja, die anderen habe ich nicht gesehen, da durfte ich dann nicht durchgehen. Ja, genau. Da darf man nicht hin, da darf man auch nicht auf Klo. Genau. Aber mega cool. Das heißt, jeder hatte eine Reihe und ich hätte auch zwei Reihen nehmen können. Ja, ja, ja. Hat nicht dafür gesorgt, dass ich irgendwie mehr geschlafen hätte. Das lag auch, glaube ich, daran, dass einfach der Tag, also es war ja die ganze Zeit Tag. Ja, ist auch aufregend. Das kommt dazu. Und wir mussten danach erstmal noch natürlich, um das jetzt auch ein bisschen weiter zuhören, als wir dann ankamen, mussten wir unseren Mietwagen holen. Wir haben uns einen Mietwagen gebucht. Denn das Ganze sollte ja ein Roadtrip werden. Wir hatten uns, haben vorher hinüber überlegt, wir hatten eine ganze Menge Orte, die wir sehen wollten. Und wir haben überlegt, ist es klüger, zwischendurch zu fliegen oder ist es klüger, einfach ein Auto sich zu holen und das woanders abzugeben. Dann haben wir das durchgerechnet. Und es ist sehr viel billiger gewesen, sich in Kalifornien, also Los Angeles in Kalifornien, sich ein Auto zu buchen, damit die ganze Zeit zu fahren. Okay. Und das dann in Seattle, also für alle Leute, die wissen, Seattle in Bundesstaat Washington quasi die nordwestlichste große Stadt in Amerika, ganz links oben, das da zurückzugeben. Das war wirklich relativ günstig. Also ich glaube, wir haben da weniger als so ein Roundabout 40 Euro pro Tag für das Auto gezahlt und wir hatten das dann so knapp 50 Tage lang. Aber Sprit kostet ja eh nicht so viel dann, oder? Sprit ist unterschiedlich in Kalifornien. Kalifornien ist natürlich so ein bisschen, die setzen ja auch mehr auf Ökologie und ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit. Sprit ist grundsätzlich in Amerika günstiger. Da haben wir so in Kalifornien umgerechnet, würde ich schätzen, so 1,20 pro Liter gezahlt. Ja, okay. Wir sind dann aber auch noch in andere Bundesstaaten gefahren, in Nevada und Utah, also wenn man ein bisschen weiter ins Land reinfährt, da kamen wir dann auch mal an Tankstellen vorbei und haben da auch getankt, wo dann umgerechnet der Preis unter einem Euro pro Liter war. Okay, okay. Also in Amerika gibt es ja kein metrisches System, leider. Also da hast du dann Gallons an der Tankstelle und ich glaube, ich habe da mal nachgeguckt, eine Gallone sind irgendwie 3,7 Liter. Und dann habe ich immer gesagt, okay, wenn der Dollarpreis pro Gallon irgendwie so bei 3,8 ist, dann ist das so mit Wechselkurs ungefähr 1 Euro knapp ein bisschen drunter pro Liter. Okay, okay. Ja gut, dann habt ihr ja relativ günstig dann euren Roadtrip geplant, weil die Flüge halt, das hat sich nicht gelohnt einfach. Nee, das hätte sich nicht gelohnt. Wir haben zum Beispiel überlegt, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, wir sind die ganze amerikanische Westküste hochgefahren. Wir haben überlegt, ob wir zum Beispiel zwischen San Francisco und Seattle fliegen, aber das hätte sich einfach nicht gelohnt. Und wir haben uns dann entschieden, hey, lass uns daraus einen längeren Roadtrip machen. Zwar viel Fahrerei, aber man sieht halt auch viel und mit immer Zwischenstops. Und ja, das hat dann so gepasst. Aber wir sind nicht direkt losgeflogen, um dann jetzt mal wieder auf die Route zurückzukommen, sondern wir sind erst natürlich Los Angeles. Alles, was ich jetzt erzähle, ist nicht natürlich nur ein Tag da gewesen. Beispielsweise in Los Angeles waren wir vier Tage, wir waren in den Universal Studios. Wir haben uns da eigentlich fast wahrscheinlich alles angeguckt. Wahrscheinlich hätte man da auch zwei Wochen verbringen können. Also wir haben uns viel angeguckt. Dafür seid ihr auch da. Genau, also da war ihr ja nicht so viel mit entspannt. Und dann sind wir erst mal nach Süden gefahren. Los Angeles liegt zwar am Meer und ja auch relativ südlich, aber noch nicht an der mexikanischen Grenze und nach San Diego. Das ist quasi die Stadt, die dann kurz vor der mexikanischen Grenze kommt. Und wie gesagt, also alles jetzt ein bisschen auch im Schnelldurchlauf, damit ihr natürlich Fragen stellt. Dann sind wir nach, möchtest du gleich? Überleg gerade, also habt ihr Airbnbs genächtigt oder verschiedene Hotels? Oder wie habt ihr das gemacht? Gute Frage. Wir haben eine Mischung gehabt. Wir haben angefangen mit Hotels. Ja. Wir haben gerade zum Ende hin. Vor Ort dann erst gebucht? Nee, schon vorher. Vorher, okay. Genau, um auch zu gucken, wo ist das Hotel? Weil ich meine LA. Also das ist, die Stadt ist so riesig. Du fährst, wir sind da wirklich manchmal eine Stunde gefahren und waren halt nur in einem anderen Stadtteil. Und genau, wir haben das dann halt vorher gebucht, Airbnbs nachher zum Ende hin mehr und zwischendurch haben wir auch gecampt, denn wir haben, und das ist eigentlich ein ganz guter Übergang jetzt, wir sind dann von San Diego Richtung Osten gefahren auf der Karte und da fangen halt die kalifornischen Nationalparks an, also unter anderem Joshua Tree, so sehr wüstenähnlich, da diese Joshua Trees, das sind halt auch so Kakteen, die relativ groß sind, so vielleicht zwei Meter, sehen sie aus wie eine Mischung aus einem Baum und einem Kaktus eigentlich. Okay. Und in den Nationalparks in Amerika kannst du wirklich ganz gut campen. Das hätte ich auch vorher nicht gedacht, dass die Amis wirklich so eine Camperkultur haben und gerade die sind es aber, die man wirklich vorher buchen muss, weil da ist es wirklich, also für alle Leute, die das schon mal gehört haben, so Nationalparks wie Sequoia oder Yosemite, also Yosemite, der Nationalpark in Kalifornien, das war wirklich so, da irgendwie um umgerechnet Zeit hier um vier Uhr, hat dann die, der, konntest du dann deinen Platz buchen, so und um vier Uhr zehn war halt der komplette Campingplatz ausgebucht, also da musstest du dich dann schon wirklich ranhalten. Er war im Endeffekt Monate im Voraus ausgebucht. Und Wildcampen ist ja genauso wahrscheinlich verboten wie auch hier, also oder kommst du gar nicht in den Park rein, also was buchst du denn da? Du kommst nicht in so einen Park rein erst mal, also im Nationalpark Wildcampen geht nicht, das funktioniert nicht und sonst halt auch nicht, weil ziemlich viel Land halt im Privatbesitz ist und das ist halt... Wirst du abgeballert. Ich würde niemandem empfehlen, da ohne denjenigen, dem das Land zugehört, zu fragen, ob man da sein Zelt aufschlagen darf, irgendwie Wild zu kämpfen. Also das ist nicht so wie hier in Schweden oder in Schottland oder so, wo man einfach auch das Recht hat, eine Nacht mal zu verbringen, das würde ich da auf keinen Fall empfehlen. Und es ist aber auch, also es war super günstig dazu, eine Nacht zu zelten, also da hat man dann eher so für 20, 30 Dollar pro Nacht... Wahrscheinlich ist es deswegen auch so beliebt, weil wenn die so preisgünstig sind, du holst dir halt ein Zelt, einen Schlafsack und dann hast du da halt eine gute Nacht irgendwie für 20, 30 Dollar und wahrscheinlich ist es auch sehr schön, da aufzuwachen. Also ich weiß ja nicht, ob das laut ist, voll ist, weil wenn du sagst, die Plätze sind halt alle belegt, da ist richtig viel los oder ob ihr trotzdem noch viel Platz habt. Also ob ihr eng steht, ob ihr so ein bisschen Privatsphäre trotzdem habt. Also es ist schon so, dass glaube ich bei jedem Camping... Hier ist es ja so, in Europa habe ich das Gefühl, es gibt immer für jeden Van oder für jeden Wohnwagen gibt es halt immer einen Platz und alle Zelte kommen auf eine Wiese. So nach dem Motto, hier ist die Zeltwiese, stell dein Zelt dahin. Und in Amerika war es überall so, dass du deinen Platz buchen musstest, der hatte dann deine Nummer und die waren auch alle irgendwie gleich groß und du hattest immer irgendwie so deinen Tisch mit den Bänken, das musstest du natürlich nicht mitschleppen. Achso, da stand alle... Da stand alle schon da und die waren eigentlich nie so, dass du... Ich glaube, es ist keinmal vorgekommen, dass wir gefühlt zu nah an unseren Nachbarn dran waren. Okay, ja. Also das war nie so. Aber ihr habt ja mitbekommen, wer eure Nachbarn sind, aus welchem Land die kommen oder waren das eher Einheimische oder viel von überall auf der Welt? Ja, Amerikaner. Also ich glaube, ich würde schätzen, zu 90 Prozent waren das andere Amerikaner. Ist wahrscheinlich auch ein cooler Familienausflug oder Tagesausflug oder irgendwie sowas. Also fürs Wochenende, was weiß ich was. So einen schnellen kleinen Trip mal mit den Kindern oder so, irgendwie ein, zwei Tage. Ich glaube, vor allem ist es halt dann günstig, wenn du schon sagst, dass der Eintritt und so die Übernachtung halt so gut wie nichts kostet. Du bezahlst wahrscheinlich auch nur den Platz einmal und nicht pro Person. Du bezahlst in Amerika ganz viel pro Auto. Also beispielsweise Eintritt in Nationalparks ist immer pro Auto. Das ist ganz egal, wie viele Menschen was rechnen. Ja, klar. Aber Geld machst du mit Personen. So wenn du sagst, okay, ihr seid zu viert. In Deutschland hast du Personen. Locker. Wird die Scheibe runtergedreht, aber erst mal gucken, komm, warum auf? Wenn da vier Leute mit dem Fahrrad ankommen, ist das teurer, als wenn zwei Leute mit dem Auto komplett voll sind, ankommen. Also das, ja, was man davon halten soll. Aber würdest du, wie würdest du, vielleicht soll man es zum Ende machen. Ich würde gerne deine Top 3 Städte haben und deine Top 3 auch Übernachtungen oder so. Vielleicht auch sowas in der Richtung. Aber erzähl erstmal deine Route und dann können wir gleich dazu kommen. Genau, also wir sind nach Osten gefahren, aus Kalifornien dann sogar raus. Und in die Staaten Utah, da waren wir unter anderem, jetzt will ich hier nichts Falsches erzählen, also es war das Dreieck Utah, Nevada und Arizona. Die treffen da alle so mit Kalifornien auf ein Eck. Und ich sage jetzt nicht, in welcher Nationalpark, in welchem war nachher werde ich dafür dann noch wegen irgendwelcher Fehler angekreilt. Also wir waren zum Beispiel im Monument Valley, wer Forrest Gump geguckt hat, da gibt es den Forrest Gump Point, das ist der Punkt, wo er in dem Film dann läuft. Er läuft ja irgendwann, ich glaube ein Jahr oder so durch Amerika und da hört er dann auf zu laufen. Und das ist genau dieser Shot, also das ist so eine Wüste, alles rote Berge, komische Felsformationen im Hintergrund, genau an dem waren wir. Hast du so laufmäßig eine Pose gemacht? Ich habe dann, wir haben natürlich ein Video, aber das, also das, das kann ich gleich mal dazu sagen. Da stehst du wahrscheinlich eine halbe Stunde an, oder? Da waren relativ wenig, das lag aber auch im Wetter. Es war ein Aussteigen und ich habe mich auf den Asphalt gesetzt und Hand auf den Asphalt ging nicht. Es war zu viel zu heiß, es waren über 40 Grad da. Wir sind dann von da aus, also die Nationalparks da, wir waren noch im Zion National Park, wunderschön, auch keine Wüste mehr, aber Felsformation, bewachsen, roter Stein, also genauso wie man sich so ein bisschen amerikanisch in den wilden Westen vorstellt und sind dann natürlich auch über Las Vegas gefahren. Das liegt dann ja auch da noch in der Nähe. Das Einzige, was mich interessiert in Amerika, Las Vegas, Baby. Für Menschen wie dich ist das zugefahren. Also natürlich, Casino, mega cool, aber zum Beispiel auch, wir wollten halt abends dann noch was essen gehen, dann sind wir abends rausgegangen und es ist ja nun wirklich jetzt nicht total krass lange hell, also ich glaube so um acht oder so geht da die Sonne unter, aber es ist halt auch um acht noch 40 Grad. Ja, das kann ich nicht. Und für so ein norddeutsches Landei wie mich ist das ein bisschen viel. So, da arbeitet der Körper halt ganz anders, so in der Wüste und wir hatten einmal Stau in der Wüste, wir hatten zum Glück natürlich eine Klimaanlage, aber so Stau in der Wüste, wenn wirklich in 150 Kilometern in die, in die, in die Richtung gar nichts ist, dann denkst du dir auch so, ja zum Glück habe ich nochmal aufgetankt, bevor wir hier hinkamen. Ja, klingt wild, also wenn du da keine Klima hast im Auto, die kaputt ist oder so, du hast ja keine Chance, das zu überstehen. Okay, also das wird ja, das wird ja ein richtiger Ofen da drin. Okay, na gut, na gut. Also da denkst du dann so ein bisschen mehr darüber nach, wenn du hier so fährst und deine Klimaanlage funktioniert nicht, dann denkst du, ja okay, ich kriege mal noch hin, aber da denkst du so ein bisschen mehr darüber nach, was halt auch so Natur und gerade irgendwie fehlende Infrastruktur ausmachen kann. Also in Amerika natürlich Autofahren, mega entspannt, die Straßen sind breit, natürlich die Autos sind auch alle viel größer, die Straßen sind lang und gerade wir hatten wirklich so, dass wir manchmal so, also Tempomat rein und gefühlt die Füße aufs Armaturenbrett, weil du musstest in den nächsten 15 Kilometern sowieso nicht das Längenrad bedienen. Und wenn man jetzt als Deutscher da hinkommt und man merkt, stockt sich allmählich, was der Deutsche dann macht ist, wir bilden eine Rettungsgasse, wir bilden eine Rettungsgasse, würdest du dich da eigentlich zum Affen machen, wenn du anfängst bei stockendem Verkehr, bei Stau eine Rettungsgasse zu bilden? Oder ist dieses System dort auch etabliert? Das ist da auch etabliert, ja, das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Es ist häufig sowieso nicht so, dass du nur eine Spur hast, also selbst auf jeder normalen Landstraße hast du eigentlich zwei Spuren pro Richtung. Aber Prinzip, wie hier, links, rechts, rechts, mittel, rechts, frei. Ja, ist uns mal vorgekommen, dass da auch eine Rettungsgasse gebildet wurde und da war ich wirklich so ein bisschen, also da hatte ich auch diesen Moment nach dem Motto, ja, das funktioniert vielleicht sogar besser als in Deutschland. Okay. Fahren ist generell sehr entspannt, weil die, also es gibt natürlich eine Tempobegrenzung und da halten sich, glaube ich, die Leute auch dran, weil die Strafen doch drastischer sind als hier. Aber ich habe mal gehört und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst oder ob das irgendwie so Hörsagen ist und nicht der Wahrheit entspricht, dass es eigentlich nicht schlimm ist, wenn man da zu schnell fährt, weil das eher so eine Art Richtgeschwindigkeit ist und nur wenn du rausstichst aus dem Verkehrsfluss, das heißt, wenn du jetzt deutlich schneller bist als alle anderen, obwohl alle anderen auch 10 kmh zu schnell fahren, dass du dann eher angehalten wirst. Also das heißt, die anderen werden dafür nicht gerückt. Es gibt ja keine Blitzer, sondern nur die Polizei, die halt dann Leute rauszieht, die halt noch mehr übertreiben als die Masse. Es gibt wirklich keine Blitzer. Es gibt Flugzeuge. Also auf manchen Strecken, gerade in Kalifornien ist das viel, dass so normale Zwei-Mann-Flugzeuge dann über die Autobahn fliegen und durch Radar deine Geschwindigkeit messen. Und wenn die jemanden sehen, dann funken die unten die Polizisten an und dann fahren die mit dem Auto los. Aber es stimmt, was du sagst. Es ist wirklich so, dass eigentlich jeder zu schnell fährt, aber halt so dieses normale zu schnell. Weißt du, dieses 10 kmh zu schnell, anstatt 70 fahren alle 80, aber alle fahren 80. Ja genau, das heißt, es stört nicht, niemand nervt das und niemand fährt irgendwie dicht auf. Aber es gibt eine Geschwindigkeitsbegrenzung, oder ist es tatsächlich so? Nee, es ist eine Begrenzung, ja. Aber jeder fährt so ein bisschen drüber. Aber wirklich so, dass man denkt, hey, jeder fährt hier drüber und es funktioniert. Aber es ist schon spannend irgendwie, ne? Also man stellt sich ja die Frage, bei uns, wir haben Blitzer. Wir haben Blitzer und du willst nicht geblitzt werden. Und Blitzer haben ja mindestens, mindestens zwei Funktionen. Die eine Funktion eines Blitzers ist natürlich, dadurch ist auch eine Gefahr, eine Abschreckungsfunktion da und du warst, du warst die vorgegebene Geschwindigkeit, was dazu führen soll, dass Geschwindigkeitsüberschreitungen möglichst wenig zustande kommen und dadurch der Verkehrsfluss dahingehend sichergestellt ist, dass keine Unfälle zustande kommen. Weil man ja sagt, wer schnell fährt, der ist unachtsam, du sollst nicht schnell fahren, wenn du viel zu schnell fährst, 30er-Zone, 80, 90 oder auch 50er-Zone zu schnell, kommen Unfälle zustande. Der zweite Grund kann ja aber auch nochmal ein ganz anderer sein. Blitzer können sich amortisieren. Also der Staat kann damit Geld verdienen. Also du zahlst ja regelmäßig auch ein paar Kröten, wenn du zu schnell fährst. Und so ein Blitzer kostet ein paar Tacken, aber kann sich amortisieren. Und deswegen stellt man sich ja die Frage, warum nicht? Es scheint einfach sich das System vielleicht nicht so durchgesetzt zu haben. Vielleicht ist es auch wegen der Größe des Landes halt auch was ganz anderes, weil vielleicht funktioniert das in den Städten auch nicht. Es gibt viel mehr Autos. Ja, aber es, ja, irgendeinen Grund wird das ja sicherlich haben, irgendeinen sinnvollen sogar, weil normalerweise übernimmt man ja, oder die Länder übernehmen ja auch Sachen, die sinnvoll sind einfach. Also gerade aus Deutschland wird ja viel übernommen. Aber wäre schon interessant auf jeden Fall zu wissen, warum die das nicht etablieren. Weil finanziell wäre es wahrscheinlich gar nicht so übel, wie du schon gesagt hast, vor allem wenn da mehr los ist und so. Aber vielleicht ist es auch so, dass quasi das schon mal abgestimmt wurde und dagegen gestimmt wurde. Von sollen. Also das kann ja auch, geht ja auch immer wieder in die Richtung. Die können ja alle paar Jahre machen, was sie wollen da drüben. Immer wenn ein roter kommt, dann passieren da wilde Sachen. Ja, genau. Und Las Vegas, natürlich auch ein bisschen Zeit verbracht im wunderschönen. Bist du mit dein Traum wäre das? Bist du mit Plus oder Minus raus? Ich bin Plus, Minus, Null rausgegangen. Ich bin ja ein langweiliger Typ. Dann bist du mit Plus raus. Mit Plus, Minus, Null war es ein erfolgreicher Trip. Wir haben im Mirage-Hotel geschlafen. Dem einen oder anderen sagt das vielleicht was. Das wird jetzt abgerissen. Da kommt jetzt ein, ich glaube vom Hard Rock Coffee oder so. Die bauen da ein riesiges neues Hotel. Also ich meine Hotel, große Hotels gibt es auch in Europa. Gerade wenn man so an Mallorca, Türkei oder so denkt. Aber die Hotels in Las Vegas, mein lieber Schwan, das sind noch andere Größen. Also ich glaube so Caesars Palace, 8000 Zimmer oder so. Mehrere Gebäude und wirklich also mehrere Hochhäuser, die nebeneinander stehen und zum gleichen Hotel kommen. Und in Las Vegas. Das Geile ist, du gehst halt rein und bist natürlich erstmal im Casino drin. Also du gehst halt rein und du weißt gar nicht, wo ist denn hier eigentlich mal die Lobby? Wo kann ich denn hier mal meine Zimmerkarten irgendwie abholen? Weil erstmal bist du im Casino. Überleuchtet und klimpert. Ja. Auf dem Weg dorthin schon mal erstmal. Ja, ja, das ist ja das Ziel. Ja, ja, klar. Wenn du dann zu deinen Zimmern willst, ist natürlich der Aufzug am komplett anderen Ende des Gebäudes. Du läufst wieder quer durchs Casino. Also so läuft das da. Und wir haben dann natürlich auch ein bisschen gespielt und sind plus minus null rausgegangen. Hat Spaß gemacht. Dann ist es positiv für euch, weil ihr hattet euren Spaß. Ihr habt die Zeit damit verbracht. Ihr habt quasi kein Geld verloren. Und ihr kriegt eigentlich doch auch kostenlose Getränke da, oder? Ist das nicht so? Ist nicht mehr so. Ist nicht mehr so. Ist bei uns nicht so. Ich glaube, früher war das auch so. Aber mittlerweile, meine Informationen sind, dass es das nicht mehr gibt. Okay, okay, okay. Vielleicht lohnt sich das irgendwie. Kommt vermutlich auch drauf an, welches Casino und in welcher Weise hast du da noch und bereichst du bist. Wo du irgendwie so High-Bed hast. Ich glaube, ich würde kostenlose Getränke bekommen, weil ich so viel verliere. Also es wird mit Sicherheit Bereiche gegeben, wo man sagt, ey, ganz ehrlich, bei dem Geld, was der hier lässt, berechne ich ihm kein Getränk. Ich bin froh, je mehr er trinkt. Das war ja damals auch so das Prinzip, dass man gesagt hat, hier, ein bisschen einbauen, ein bisschen locker und ein bisschen mutig. Und wenn du verlierst, dann trinkst du ein bisschen und denkst dir, jetzt hole ich es raus. Und wenn du gewinnst, dann denkst du dir, ich kann noch mehr schaffen. Deswegen, schön, Getränke, bleiben die Leute lange am Tisch. Und dann denkst du dir, oh, Getränkrad leer, bringst du mir schnell ein neues. Alle elf Minuten liegen wir da. Das Prinzip dahinter liegt ja auf der Hand und ist auch nicht ganz dumm. Gut, okay, Vegas also erfolgreich abgeschlossen und dann ging es weiter. Dann ging es zurück quasi. Dann sind wir nämlich zurück an die Küste in Kalifornien gefahren. Und weil wir hatten ja noch alles, was quasi nördlich von Los Angeles ist, noch gar nicht gesehen. Und wir sind dann die Route 1 hochgefahren. Das ist eine sehr berühmte Straße, nämlich gerade so die Küstenstraße in Kalifornien. und sind über Umwege in San Francisco gelandet. Und haben dann ein bisschen Zeit in San Francisco verbracht. Unter anderem Alcatraz natürlich gesehen. Haben dann eine kleine Bootstour gemacht und so eine Führung darüber. Ganz normale Touri-Geschichte wahrscheinlich. Das ist echt wirklich so eine Touri-Geschichte. Also da fahren wirklich stündlich nachher die Fähren rüber. Aber halt schön. Also mit der Fähre fahren generell ist ja immer ganz schön. Ja, und das war halt auch cool, wenn man so die Geschichte dann gesehen hat. Hey, wie ist denn das hier eigentlich entstanden? Hattet ihr so Kopfhörer am Ohr so? Ja, ja, klar. Ja, okay, okay. So typische Deutsche. Dann bin ich mit meinem Kopfhörer durch die Zelle gegangen und dann hat er gesagt, jetzt gehen wir hier nach rechts in die Zelle rein. Und dann bin ich da reingegangen. Und dann, na klar. Okay. Also viel Touri-Sachen gemacht. Ja, okay, aber dafür seid ihr da gewesen. Dein erstes Mal im Knast eigentlich? Mein erstes Mal im Knast, ja. Glaube ich. Ja, doch. Könnte mich nicht daran erinnern, schon mal in einem Gefängnis vorher gewesen. Ich glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich war auch noch nie in einem dreistelliger Anzahl an Knastbesuch. Aber besuchen. Auf der richtigen Seite vom Gitter sozusagen, ne? Ja, doch. Ja, okay. Stammgast da. Hoffen wir, dass es auch so bleibt mit der richtigen Seite des Gitters. Okay, also Alcatraz erledigt. Genau. Und dann sind wir, wir hatten ja immer noch das gleiche Auto. Übrigens das Auto, ein Jeep Wrangler, Hybrid. Jeep Wrangler ist dieses, wenn du dir ein Jeep vorstellst, so diesen Army amerikanischen Jeep, den es schon seit gefühlt 80 Jahren gibt, dann ist es das Nachfolgemodell davon. Am Anfang wirklich sehr ungewohnt, weil die Frontscheibe hat ungefähr so DIN A4 Größe. Aber nachher, also ich habe mich ein bisschen in dieses Auto verliebt, weil es war irgendwie, es war cool. Also Rad stand wahrscheinlich höher als mein Kopf. Man saß immer schön oben auf. Und das hat aber irgendwann Spaß gemacht. Und der Typ meinte, als er uns das Auto gab, ja, es ist ein Hybrid, ihr spart voll viel Sprit. Im Ende, das ist trotzdem, also glaube ich, zweimal so viel verbraucht. Selbst hier ist ein Hybrid, also da kannst du Steuern sparen. Das ist das Einzige, was du da sparst. Aber es hat, also mir hat es am Ende gefallen. Ja, das ist das Wichtigste. Ich mochte dieses Auto Jeep Wrangler. War gut. Wir sind am Ende, glaube ich, um das mal vorwegzunehmen, über 10.000 Kilometer mit diesem Auto gefahren. Das hat sich also wirklich am Ende dann gemacht. Aber wir hatten ja noch ein bisschen Weg vor uns. Wir sind dann an der Küste, also eigentlich immer an der Westküste hochgefahren, durch den Bundesstaat Oregon. Wunderschöne Strände. Das Wetter war mies. Da ging es nämlich los, dass wir dann auch wirklich mal ein paar Nächte hintereinander gezeltet haben, um so ein bisschen in die Natur zu kommen. Und da war es wirklich so nachts. Der Atem ist jetzt noch nicht gefroren, aber man hat ihn schon gesehen. Oh, so kalt war das dann. Und tagsüber waren dann eher so vielleicht 15, 16, 17 Grad. In der Sonne war es natürlich angenehm. Das ist halt dieser krasse Unterschied, zwischen Las Vegas und dann bist du halt da. Das ist aber ein 30 Grad Unterschied. So, was machst du denn jetzt? Was hast du für Klamotten mit? Du musst ja alles dabei haben. Wir hatten alles dabei. Ja, krass. Wir hatten für jedes Klima und für jedes Wetter hatten wir was dabei. Na gut, okay. Und dann immer weiter nach Norden, durch Oregon den Bundesstaat, durch Washington den Bundesstaat. Washington hat, wir waren so ein bisschen vorher, wenn man so an den Staat Washington, das ist natürlich dann nicht die Hauptstadt, sondern der Staat Washington denkt, denkt man ja immer so ein bisschen, vielleicht Leute, die irgendwie schlaflos in Seattle oder Grey's Anatomy oder so geguckt haben. Das Wetter in Seattle im Bundesstaat Washington ist ja eigentlich eher schlecht. Es regnet also quasi immer. Oder Twilight unter anderem wurde da auch gedreht. Da regnet es ja quasi immer. Hat bei uns auch ziemlich viel geregnet. Da sind wir dann mal von unserem vorherigen Plan abgewichen und haben gesagt, okay, wir haben jetzt keinen Bock hier vier Nächte am Stück irgendwie bei Regen und 15 Grad zu zelten und sind dann da mal in ein Motel gegangen und haben dann gesagt, okay, die Freiheit gönnen wir uns jetzt. So ein richtig mit Einschusslöchern in der Tür Motel? Nee, Einschusslöcher hat es nicht, aber sonst schon das von lieber. Ja, so ein ganz normales Klassischer aus dem Film. Okay, okay. Und wie war es? Wie fandst du das? Ich fand das, das war absolut annehmbar. Also natürlich jetzt, das hatte irgendwie sehr häufig im Hotels zwei Betten, zwei Queen-Size-Betten anstatt einem großen. Preislich, erschwinglich? Ja, also, ich glaube, in Europa würde man darüber lachen, aber so 70, 80 Euro die Nacht für das, was du erkriegt hast, unverschämt, aber im Gegensatz zu Hotelzimmern super erschwinglich. Okay, okay. Und das war dann meistens so, dass wir da dann auch nur eine Nacht übernachtet haben und dann irgendwie am nächsten Tag was gemacht haben. Ja. Genau, wir haben insgesamt drei Nächte nicht da verbracht, wo wir es eigentlich wollten. Das war zweimal da, weil es so doll geregnet hat und einmal schon weiter vorne, noch in der Wüste, weil wir kamen an, wir wollten eigentlich wieder in der Natur ein bisschen unser Zelt aufbauen. Dann waren 41 Grad und es war so windig, dass es sich angefühlt hat, als ob dir jemanden Föhn direkt ins Gesicht hält und wir haben gesagt, wir sind nicht mehr ausgeschrieben und gedacht, nee, das machen wir nicht und direkt so ein klimatisiertes Zimmer dann gebucht und. Es ist halt gut, wenn ihr halt finanziell auch so gut dasteht, dass ihr euch solche quasi neuen Geschichten nochmal überlegen könnt und das auch wahrnehmen könnt, weil ihr sagen könnt, okay, wir haben jetzt nicht alles durchgeplant, durchbezahlt und uns bleibt nichts mehr übrig. Wir haben jetzt keine fünf Euro mehr, um irgendwie was zu machen, sondern okay, das war unser Wunsch, das ist unser Plan gewesen, wenn davon aber irgendwas nicht funktioniert, dann haben wir halt immer noch die Kritikkarte, die wir durchziehen können, damit alles besser wird und man sich wohlfühlt, weil ich glaube, das wäre sonst richtig beschissen gewesen. Sonst hättest du wahrscheinlich richtig viele schlechte Tage da einfach gehabt, wenn du das so pflichtbewusst durchgezogen hättest, nur, keine Ahnung, bei fünf Grad zu pennen, bei Regen und Wind oder bei 40 plus Grad ist natürlich irgendwie dann keine so gute Zeit. Deswegen, ja gut, kann ich nachvollziehen. Genau, dann waren wir quasi schon am Ende von Amerika angekommen, also wir sind quasi am nordwestlichsten Punkt angelangt und sind dann rübergefahren mit der Fähre, unseren kleinen GP auf die Fähre und sind nach Kanada rübergefahren, nach Vancouver Island. Das liegt quasi Stunde mit der Fähre, einfach nur einmal über die, jetzt lass mich nicht lügen, über irgendeine Straße rüber, State of Georgia. Ich glaube, sie ist es nicht, aber wir sind nach Kanada rübergefahren, nach Vancouver Island, eine riesengroße Insel, die nach der Stadt Vancouver natürlich benannt wurde und haben da kanadische Natur erlebt. Also wir haben Whale Watching gemacht, wir haben Grizzly Bear Watching gemacht, wir haben da, das wäre ja total was für mich, ne, also Natur ist ja sowieso mein absolut Ja, in Afrika hast du ja auch schon so ein bisschen was in die Richtung. Ja, also ich sage ja immer so, mein Traumziel war schon immer Afrika, Südafrika, ich war da, das ist nach wie vor mein Traumziel. Sofort wieder hin, vielleicht auch, weil ich nicht nach Amerika, nicht so einfach nach Amerika kann wie hier, aber gleichwohl. Also einfach Natur, Tiere, ich liebe es, ne. Und deswegen, alles was in puncto Tiere, Natur, Kanada geht, interessiert mich. Die haben vermutlich auch alles mögliche an Flüssen und Bergen, die ihr dann zusammen erkundet habt. Also es ist so ein bisschen, die Natur kann man sich so ein bisschen vorstellen wie vielleicht, ja, erinnert so ein bisschen an Norwegen, also tiefe Schluchten, überall ist irgendwie Wasser, grüne, keine richtigen Berge, aber grüne Hänge und ja, so ich glaube, mit Norwegen könnte man es am ehesten vergleichen und da war halt alles so ein bisschen granadisch. Aber sehr viel Natur, ne. Ich war ja in Toronto und das war es, da hast du halt Hochhäuser ohne Ende und Industrie und halt sowas, ne. Also es ist halt nichts mit Natur, das ist halt auch ein riesen, ich weiß gar nicht, das ist ein See, glaube ich. Lake Erie, oder nicht? Ist das nicht der? Kann ich dir jetzt nicht sagen, wie das heißt oder so. Auf jeden Fall war da auch Wasser, ziemlich viel Wasser, aber ansonsten hast du ja nur Gebäude und so, auch schön gewesen, da muss ich sagen, also Kanada, Toronto war echt schön. Ich war im Winter da, entsprechend schön mit Schnee und so, ist natürlich ganz schön toll, aber kein Stück Wald gesehen. So, also das ist halt krass, wie der Unterschied dann ist. Du bist halt in Vancouver Island und hast da plötzlich Norwegen vor der Tür, sag ich jetzt mal. Ja. War nice. Genau und von da aus sind wir dann und dann dreht es sich eigentlich, also wir sind jetzt schon, ich würde schätzen, so 30, vielleicht 35 Tage drin in der Reise. Sind wir über Vancouver gefahren, kommen wir gleich, wenn die Top 3 Städte kommen doch auf, aber noch nicht zu viel zu brauchen, über Vancouver, die Stadt, sind wir dann noch in die kanadischen Rocky Mountains gefahren, also in vor allem zwei Nationalparks, eigentlich die kanadischen Nationalparks, Banff und dann natürlich der beste kanadische Nationalpark, Jasper. Ja, ich habe das Bild mit dem Schild gesehen. Natürlich, also ein blödes Touri-Foto und ich habe überall Fotos gemacht von dem Jasper-Nationalpark. Sehr gut. Traurige Geschichte dazu, wir waren dann da und eine Woche später, ich greife das jetzt schon mal vor, waren wir halt woanders, waren wir auf Hawaii, da kommen wir aber gleich noch zu und haben dann die Bilder gesehen für alle Leute, die das mitbekommen haben. Da gab es sehr starke Waldbrände gerade im Jasper-Nationalpark und die Jasper Town, also die Stadt oder der Ort ist es eigentlich eher, ist glaube ich zu 50 Prozent abgebrannt, also jedes zweite Haus steht da nicht mehr. Und wenn man sich so die Bilder angeguckt hat vor Ort und gedacht hatte, letzte Woche war ich noch in diesem Haus und jetzt stehen davon irgendwie noch ein paar rauchende Säulen rum, das hat schon echt, also das war wirklich so ein Moment, wo ich dann auch irgendwie erst realisiert habe, was das eigentlich so bedeutet, weil natürlich haben wir auch immer, als wir da in der gerade kanadischen Natur waren, so Tipps zum Fire Safety und so gesehen und auch Gebiete gesehen, wo es gebrannt hat, auch so Gebiete, wo es vor zehn Jahren gebrannt hat und da standen noch verkohlte Bäume rum, weil natürlich, die holzt ja auch niemand ab, aber da kam dann zum ersten Mal so richtig diese Welle, was das eigentlich bedeutet, wenn da so die Feuerwalze durchflügt und irgendwie die halbe Stadt abfackelt. War das Menschenversagen oder so, weiß man das überhaupt oder? Häufig, also das denkt man ja immer, aber häufig ist es wirklich so, die Natur dann schlicht irgendwo ein Blitz ein und weil es halt gerade da trocken ist und sehr windig ist und alles voll mit Bäumen ist, breiten sich halt so Wildfires aus und dann ist es natürlich auch jetzt nicht gerade die Gegend, zu der man so einfach hinkommt. Also natürlich kannst du mit etlichen Löschflugzeugen darüber fliegen, aber das kann ja auch nicht immer helfen und ja, es ist glaube ich nicht häufig so, dass das jemand anzündet, hatte ich zumindest nicht den Eindruck, auch natürlich gibt es das Problem in Amerika auch groß und auch in Kalifornien war es oder es ist immer noch viel zu heiß und Waldbrände entstehen, aber ich glaube, es ist auch häufig einfach die Natur, die dann, weil sie so strapaziert ist, einfach das nicht aushalten kann, wenn halt mal irgendwo ein kleines Feuer ausbricht. Natürlich auf der anderen Seite kann es auch immer Leute geben, die dann irgendwie ihre Kippe irgendwo hinschnipsen und dadurch einen Waldbrand entfachen. Kann natürlich auch passieren, aber auch mit allen Leuten, die wir gesprochen haben, die sagten, dass das häufig auch einfach dann durch Naturereignisse entsteht. Okay. Aber ihr wart dann nicht mehr vor Ort und hattet diesen Ort, bummelig, eine Woche vorher verlassen? Genau, sie war so knapp eine Woche. Genau, wir sind nämlich dann aus Kanada zurückgefahren in die USA nach Seattle. Vorher waren wir nicht in Seattle, aber dann waren wir da und sind von da aus dann, das war dann quasi unser, waren dann unsere einzigen Inlands-USA-Flüge, sind wir nach Hawaii geflogen, weil wir dachten, wir haben lange überlegt, Hawaii ist dann doch noch mal sechs Stunden auch von der amerikanischen Westküste entfernt, aber von hier ist das nicht nur gefühlt, sondern im wahrsten Wort ist es eine Weltreise, weil man muss ja quasi komplett einmal um die Welt rum, zwölf Stunden Zeitverschiebung und dann haben wir gedacht, wenn wir das jetzt im Zuge nicht machen, dann machst du das nicht. Dann sind wir nach Hawaii geflogen. Hawaii, ich glaube acht Inseln offiziell, fünf davon auf jeden Fall die fünf Hauptinseln und wir sind auf einer kleineren angefangen, auf dem wunderschönen Kauai, für alle Leute, die schon mal Jurassic Park gesehen haben. Jurassic Park wurde auf Kauai gedreht. Ich habe mich das gefragt, weil deine Begleitung hatte das ja auf Insta gepostet und auch mit, glaube ich, der Musik aus Jurassic Park oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich dachte, ist das wirklich da gedreht worden? Weil es sieht genau so aus. Genau, also natürlich nicht alles, das wird natürlich schnell gemacht, aber viele Aufnahmen wurden da gedreht, weil da ist einfach, ja, das ist halt, sind vulkanische Inseln, die aber jetzt komplett überwachsen sind mit Palmen, mit irgendwelchen, ja, Bäumen, also es ist total grün, roter, wieder roter Fels und grüne Bäume, dieser Kontrast ist natürlich immer krass und wir haben dann eine Helikoptertour drüber gemacht und das sind schon krasse Aufnahmen, also das ist dann wirklich, dann hast du irgendwie das blaue, türkise Meer, der gelbe Sandstrand, rote Felsen, grüne Bäume und dann musst dir wirklich nur noch irgendwie jemand da diese Musik einspielen und du denkst, das hier ist Jurassic Park. Und wie war der Flug? Hast du das erste Mal, bist du das erste Mal mit dem Helikopter geflogen? Ja, war mein erstes Mal und der Typ, als wir ankamen, seine erste Frage war, Doors on oder Doors off? Off. Und eigentlich dachten wir, ja, Doors on, also Türen dran ist schon besser, aber dann, da habe ich dir halt, Doors off ist ja auch. Ja, vom Feeling vermutlich nochmal besser, ne? Ja, das fühlt sich dann so. Ja, Adrenalin auf, du bist ja angeschnallt. Kurz diskutiert und gesagt. Ist halt ein bisschen kalt wahrscheinlich so. Mach ab. Mach ab, die Türen. Dann haben wir natürlich so, also man musste natürlich sein Handy, wurde dann angebunden und so, Türen wurden abgenommen, sind gestartet und es wurde direkt kalt. War direkt kalt? Direkt, wir sind irgendwie 20 Meter über Boden und es war direkt windig und kalt. Hat er das vorher gesagt, dass es euch ein bisschen fröstig sein könnte? Nö, wir hatten natürlich auch nur ein T-Shirt an, weil es war ja Hawaii, aber es war eigentlich eine Stunde Frieren dann, aber Stunde Frieren für richtig geile Aufnahmen. Ihr seid eine Stunde geflogen? Ja. Das ist ja voll lang. Also hier in Deutschland hast du so 20-Minuten-Dinger, wenn überhaupt. Ne, das war schon eine Stunde, genau. Wahnsinn. Darf man fragen, wie teuer das war? Darfst du. Das war aber schon relativ teuer. Aber generell Hawaii ist ja arschteuer, hast du schon erzählt. Also ja, das kommen wir gleich, glaube ich, auch noch dazu. Hawaii, unglaublich teuer. Der Flug pro Person, jetzt lass mich nicht lügen, ich würde so schätzen roundabout 300. Pro Person, ja. Pro Person für eine Stunde fliegen. Aber Stunde ist halt echt lang. Also wie gesagt, so Helikopterdinger. Er ist quasi einmal komplett über die Insel geflogen. Krass. Witzigerweise durch die Rauchwolke eines Feuers. Also auch da hat es gebrannt und er ist einfach mitten durch geflogen. Ja. Und es war so. Wird nicht das erste Mal gewesen sein. So, boah, okay, cool, musste das jetzt sein. Aber naja. Ja, der ist quasi einmal über die Insel geflogen. Die Insel war natürlich auch nicht sehr groß. Witzige Geschichte. Hawaii. Die ganze Insel, 70.000 Einwohner. Also ich glaube, Flensburg hat so knapp 100.000. Flensburg hat Stand 2024, Frühling 96.000. Ja. Also so ungefähr vergleichbar auf der ganzen Insel natürlich. Auf jeden Einwohner kommen sechs Hühner. Da gibt es auf der gesamten Insel knapp eine halbe Million Hühner. Und ich dachte dann, also wirklich, das war krass. Hühner überall. Du sitzt im Restaurant, unter dir laufen einfach Hühner vorbei. Und niemanden juckt es. Und dann habe ich natürlich gegoogelt, wo kommen die ganzen Hühner her? Was machen die? Wem gehören die? Die gehören erstmal niemandem. Das sind da quasi wilde Tiere. Und die sind halt mal ausgebrochen. Da war mal Hühnerfarm. Da kamen Harry Canes. Und haben sich dann vermehrt. Und sind in die Natur geweht worden und haben sich dann da vermehrt. So, und dann gibt es halt, die haben da keine richtigen natürlichen Feinde, weil da gibt es keine Schlangen, die Hühnereier fressen. Und da gibt es auch keine größeren Raubtiere, die lebenden Hühner fressen. Und deswegen laufen da überall Hühner rum. Jetzt nicht so. Also, und da habe ich natürlich auch gegoogelt. Kennte man den nicht auch vielleicht mal? Und dann essen. Die kann man nicht essen, weil die sind einfach so mager, dass deren Fleisch halt auch nicht verzehrbar ist. Und deswegen gibt es da jetzt eine halbe Million Hühner. Und die Tendenz ist eher steigend als abnehmen. Aber das ist normal. Also, wir haben da mindestens zehnmal, wenn wir da mit dem Auto rumgefahren sind, wir haben uns auch da ein Auto gemietet, weil man doch ein bisschen über die Insel geguckt ist. Anhalten, weil da gerade mal eine Hühnerfamilie über die Straße läuft. Ist da voll normal. Ja, gut. So, ein kleiner Cut an der Stelle, weil das gute alte Essen gekommen ist. Wir haben uns nämlich ein lecker Essen bestellt. Und das ist jetzt noch gekommen, bevor wir diese Episode beendet haben. Aber vielleicht auch nicht schlecht, dann freuen wir uns drauf. Erst die Arbeit dann ist vergnügen. Also, du warst gerade bei den Hühnern. Und dann zu deinem Remote. Ja, genau. Also, Kawaii, kleine Insel, viel schöne Natur, viele Hühner. Und wir haben dann aber noch einen Inlandsflug, beziehungsweise einen Inter-Island-Flug gemacht und sind noch auf eine andere Insel, nämlich nach Oahu geflogen. Und jetzt denke ich mir erst mal, Oahu sagt, glaube ich, nicht so viel. Das wusste ich vorher auch nicht. Klingt wie eine Insel aus Wajana. Ich kannte noch irgendwie Maui, sagt ihr mir noch was? Ja, das ist so. Aber wir sind nach Oahu geflogen, denn auf Oahu liegt Honolulu, die gefühlt Hauptstadt von Hawaii. Also Honolulu, ich glaube, knapp eine Million Einwohner, Großstadt auf Hawaii. Und meine Erwartungen waren sehr niedrig, weil von den amerikanischen Großstädten dachte ich sowieso schon so ein bisschen, also ich hatte das ja auch schon erlebt, waren jetzt alles nicht so eine Kracher. Aber Oahu, 10 von 10, 11 von 10. Also eine Großstadt, die aber diesen hawaiianischen Stil, viel hat, natürlich alle Leute machen da nur Urlaub, also viele Leute machen da Urlaub, vor allem natürlich Amerikaner machen auf Hawaii Urlaub. War schon eine coole Stadt. Wir sind dann auch natürlich ein bisschen über die Insel gefahren, über Oahu. Die Insel war nicht so schön wie Kauai, aber Honolulu als Stadt, doch, das war schon cool. Wir haben uns dann halt natürlich, sind da ein bisschen dumm rum. Hotelpreise in Honolulu sprechen wir nicht drüber, weil das hatten wir ja auch schon angeteasert, Hawaii preislich. Also du hast da wirklich 300 Dollar die Nacht für ein Hotelzimmer gezahlt, wo du hier in Deutschland das unter 100 Euro kriegen würdest. Also das sind so Angebot und Nachfragen. Ja, okay, gut. Aber trotzdem würdest du sagen, dass dieser Hawaii-Trip sich auf jeden Fall gelohnt hat zum Abschluss hin? Also das war so ein gutes Ausklinken? Oder sagst du, das war rausgeschmissenes Geld? Nee, das niemals. Okay. Es hat sich schon gelohnt. Es war ein bisschen viel am Ende, weil es wirklich, es war eine, ich habe ja auch viele Punkte und viele Orte gar nicht angesprochen, sondern wollte ja nur so einen groben Überblick geben. Aber es war viel in der, in Anführungsstrichen, kurzen Zeit, aber es hat sich gelohnt. Okay. Und ja, so insgesamt würde ich das, wenn man die Möglichkeit hat, von da aus dahin zu fliegen, jedem empfehlen, von hier aus nicht unbedingt, weil ich glaube, da gibt es schönere Orte oder gleich schöne Orte, die näher dran sind. Aber wenn man schon mal da ist, dann auf jeden Fall. Okay. Dann erzählen wir mal, das war die Reise? Seid ihr von Hawaii aus wieder zurückgeflogen? Genau, und dann von dabei aus über San Francisco, über London nach Hamburg. Oh Gott. Die längsten, ich glaube, am Ende 48 Stunden ohne Schlaf, die längste Reise meines Lebens bisher. Das hat schon und dann auch dementsprechend Jetlag nachher. Ja, ja. Das zieht Kräfte, ne? Auch wenn man angekommen ist, noch mal zwei Tage nach. Also das war wirklich, eigentlich knapp eine ganze Woche. Zum Glück lief es dann Olympia. Da war dann sowieso nicht so viel los und dann konnte man sich wirklich, also am Anfang einkaufen ging, so ein bisschen der normale Lebensalltag ging, aber ich glaube, konzentrieren wäre da noch nicht so drin gewesen. Okay, okay. Dann erzähl mir mal ganz kurz zum Abschluss deiner Geschichte und deiner Reise, deine Top 3, sagen wir Städte und vielleicht so eine Top 3 Sachen, die ihr gemacht habt. Also irgendwie sowas wie der Helikopterflug zum Beispiel. Top 3 steht, dann muss das in der Reihenfolge 1 bis 3 sein? Nö, einfach so Top 3, die dir jetzt einfällt. Auch als Empfehlung, für jemanden, der noch hin will. Also ich würde sagen, 1 und 2, beziehungsweise die Plätze können auch tauschen, definitiv Vancouver, Stadt in Kanada und Honolulu, so als Stadt. Honolulu, glaube ich, weil die Erwartungen niedrig waren und man dann echt überrascht wurde. Und Vancouver, da waren die Erwartungen hoch, aber sie wurden auch erfüllt, quasi wie eine amerikanische Großstadt. Aber alles, was in amerikanischen Großstädten schlecht ist, hast du da nicht. Okay. Und die dritte, es hat mir so südlich von Los Angeles an der kalifornischen Küste, also zum Beispiel Newport Beach, für alle Leute, die mir aus die Kalifornien geguckt haben, oder auch Laguna Beach, hat mir auch sehr gut gefallen. Da haben wir nur kurz Zeit verbracht, aber so dieser Küstenabschnitt da unten oder auch oberhalb von Los Angeles, also Big Sur, Monterey Bay, das sind so ein paar Schlagwörter, die man mal vielleicht googeln kann. Das ist schon eine richtig coole Gegend da. Okay, okay. Und die Top 3 Erlebnisse, also ich würde sagen, dieser Helikopterflug auf Hawaii war cool. Wir haben eine Whale-Watching-Tour in Kanada gemacht, auf Vancouver Island, wo die Orcas wirklich, und absolut nur Glück, wirklich sehr nah an unser Boot rankamen. Wir sind nicht zu denen hingefahren, was man auch nicht machen sollte. Also ich bin strikt dagegen, dass man irgendwie gerade auf solchen Wildlife-Touren dann irgendwie Tiere dazu bringt, zu einem zu kommen oder so, sondern mein Verständnis ist, ich will diese Tiere in ihrer natürlichen Umgebung, in ihrer Natur beobachten, aber die haben sich dazu entschlossen, quasi zu unserem Boot zu kommen. Das war cool. Und ich glaube auch, die Grizzly-Tour, die wir da gemacht haben, das war wirklich so ... Hat die Grizzly das auch gesehen? Dieser Grizzly war zehn Meter von uns entfernt. Wir waren auf dem Boot, er war an der Küste. Und also dieser Grizzly, ich habe, glaube ich, eine Stunde auf diesem Boot gesessen und dieser Grizzly, Grizzly, ich wusste das vorher auch nicht, essen zu 80 Prozent nur Gras. Also die weiden wirklich da, wie kühl. Oh, okay. Und dieser Grizzly hat da eine Stunde, eine Grizzly-Dame. Lenore hat da über eine Stunde, glaube ich natürlich, die kennen da jeden Grizzly, hat da über eine Stunde Gras gefressen, direkt am Ufer und wir saßen auf dem Boot und das war einfach dieser 400 Kilo Grizzly, der da so frisst und dich überhaupt ... Also natürlich, der nimmt einen schon wahr, der weiß, was war das, aber das hat die überhaupt nicht interessiert. Und das waren schon so Highlight-Momente, wo ich so dachte, wow, das kann man nicht bezahlen. Dafür hat sich das wirklich gelohnt. Okay, ja, nice. Vielen Dank für deine ganzen Einblicke. Vielleicht konnte der eine oder andere oder die eine oder andere da wir auch ein bisschen was mitnehmen. Ja, gerne. Und sonst, falls noch irgendwelche Fragen sind, natürlich Nachricht an dich, du leitest es dann an mich weiter und ... Du kannst auch deine Insta-Geschichte da sagen oder nicht? Oder willst du es nicht? Nee, das geht alles ... Das muss ja über die offiziellen Kanäle gehen. Allen den Brumille-Podcast auf Instagram die Frage stellen und dann werde ich das nach Möglichkeit beantworten. Ja, wir haben einen Brumille-Podcast, Instagram-Account, der ist auch verlinkt in der Videobeschreibung auf jeden Fall, ich glaube, da heißt Brumille-Podcast zusammengeschrieben, ich bin mir gerade nicht so sicher. Da könnt ihr dann DM schreiben, falls ihr Fragen dazu habt. Ich werde das dann screenshoten und dir weitergeben. Ja. Das ist natürlich dann gar nicht so schlecht. Dann habt ihr da ein bisschen mehr Input. Vielen Dank für deinen Einblick. Yes. Es war eine wunderschöne Zeit. Das ist perfekt. Genauso sollte es sein. So, jetzt kommen wir zum Ende der Folge, der allerersten Folge, der offiziellen ersten Folge. Und für den Audio-Podcast wird es jetzt schon das Ende sein, für den Video-Podcast aber nicht. Denn wir haben natürlich heute noch die erste Challenge für die beiden Hallo-Dries. Eine kleine Challenge, geht nicht mal fünf Minuten, ist aber ausschließlich für den Video-Podcast, damit man vielleicht auch mal vorbeiguckt. Ne, ein Abo da lassen. So, das heißt, vielen, vielen Dank für die Audio-Zuhörer, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch enthalten und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann bei der nächsten Folge wieder dabei. Ein Schedule haben wir jetzt noch nicht festgelegt, aber ich denke mal, dass ich das noch irgendwie kundtun werde, irgendwie noch erzählen werde oder spätestens in der nächsten Folge euch mitteilen werde. Deswegen einfach folgen, den Kanälen, und dann verpasst ihr auch nichts. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Kommen wir jetzt zur ersten Challenge, der ersten Staffel, der ersten Folge zwischen Aslan und Jasper. Deswegen sitze ich hier in der Mitte als Game Master. Die allererste Challenge ist eine Trick-Question-Challenge. Das bedeutet, ich stelle euch Fragen. Die Fragen hören sich vielleicht erst mal ein wenig absurd an. Es gibt aber auf alles eine vernünftige Antwort. Ich habe insgesamt fünf Fragen. Das heißt, ungerade und im besten Fall werden alle beantwortet, sodass es einen Gewinner gibt. Definitiv. Falls es irgendwie ein Problem geben sollte, werden wir es sicherlich lösen können. Aber wir fangen jetzt einfach gleich mit der allerersten Frage an. Wenn ich die vorgelesen habe, der, der am schnellsten antwortet, mit der richtigen Lösung, kriegt den Punkt für diese Frage. Mehr ist es nicht. Ich denke, es wäre fair, wenn wir Jasper noch mal die Möglichkeit einräumen würden, aufzugeben, wenn er möchte. 5-0. Gut, also, sobald ich rede, ihr könnt dann auch schon die Antwort geben, falls ihr die Frage sogar schon mal gehört habt. Das kann ja sein. Die Trick-Questions sind welche, die man schon gehört haben kann. Gut, fangen wir mit der allerersten Frage an, der ersten Challenge, der ersten Folge aus der Season 1 Promille Podcast. Was wird nass, während es trocknet? Ein Handtuch. Das ist korrekt. Klingt erstmal nach einer komischen Frage. Die Antwort macht Sinn. So funktioniert das Ganze. Aber finde ich nett, dass du ihn erstmal ein bisschen Spielraum lässt. Ehrensache. Gut. Die zweite Frage. Das ist eine, die kannte ich sogar. Ich bin gespannt, ob das jemand von euch schon mal gehört hat, diese Frage, oder kennen sollte. Was ist so zerbrechlich, dass es zerbricht, wenn du seinen Namen sagst? Stille. Kann man durchgehen lassen. Also ja, Stille, Schweigen. Genau. 2-0. Wenn er jetzt noch einen Punkt macht, ist Feierabend, wa? Wenn er jetzt einen Punkt macht, dann hat er ja schon gewonnen. Wir können aber trotzdem natürlich alle Fragen immer durchnehmen, falls du das über dich ergeben lassen möchtest, weil vielleicht wird es dann ein 5-0, vielleicht aber auch ein 3-2, das sieht dann besser aus. Ja. Aber vielleicht ist es jetzt auch deine Frage. Was ist der längste Tag der Woche? Oh, das ist interessant. Donnerstag? Ja, ist richtig. Die Buchstaben. Man muss halt echt um die Ecke denken so, aber sehr gut. Das heißt, Jasper hat schon 3 Punkte für die erste Challenge. Ich würde trotzdem nochmal... Dein Spiel. Ja. Das ist natürlich... Deswegen habe ich die Challenges so aufgebaut, dass jede komplett unterschiedlich ist. Also es kommt nicht nochmal vor, dass wir sowas in der Richtung machen. Das war jetzt die erste, ein bisschen reinzukommen. Ich werde die anderen beiden Fragen nochmal vorlesen. Ihr könnt ja trotzdem mal raten, ob ihr es wisst oder nicht. Was kann man nie zum Frühstück essen? Es gibt zwei Antworten. Abendbrot. Ja. Das wäre jetzt ja dein erster Punkt. Abendessen. Ja. Abendessen oder Mittagessen. Kann man nie zum Frühstück haben. Ich verstehe langsam die Zielrichtung der Fragen. Genau. Trick-Questions. Und die letzte Frage. Was nutzt du selten, andere jedoch oft, obwohl es dir gehört? Deinen Namen? Ja. Deinen Namen. Das sind quasi die Fragen. Somit hätten wir jetzt 4-1 theoretisch, wenn wir das so machen würden. Aber die erste Challenge geht somit an Jasper. Es steht 1-0. Aber wir haben insgesamt bisher, das ist der Plan, 10 Challenges. Das heißt, es ist natürlich noch alles drin und wir haben andere Disziplinen und so weiter und so fort. Ich habe auch von Anfang an gesagt, dass ich meinen Freund, weil ich ihn gern habe, auch eine Runde gewinnen lasse. Das stimmt, ja. Anscheinungsweise die erste. Das stimmt. Und wir werden ja heute noch eine zweite Folge aufnehmen. Das heißt, es wird auch heute noch eine zweite Challenge geben. Mal gucken, wie das ausgeht. Fantastisch. Das heißt, wir sind erst mal durch. Ich hoffe, das kleine Extra hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank, dass ihr beim Videopodcast dabei wart, dass ihr zugeschaut habt und zugehört habt und lasst gerne ein Abo auf dem Channel da und dann sehen wir uns in dem nächsten Podcast wieder zur nächsten Folge oder in anderen Videos. Adios. Tschö, tschö, tschö. Vielen Dank.